Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Heute ist Sonntag, sprich es ist Muttertag und ja, ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit und zeige euch jetzt einfach mal schnell mein Outfit. So sieht das Ganze aus. So Leute, ich bin gerade zu Hause angekommen. Auf der Arbeit war jetzt halt nicht so viel los und ja, jetzt geht es bei uns erst mal Mittagessen und ja, das werdet ihr jetzt dann auch in dem Video sehen. So Leute, ich habe gerade geschlafen bis vor 5 Minuten oder so und habe jetzt meine Haare nochmal neu gemacht und bei uns gibt es jetzt um 10 vor halb 4 Kaffee und Kuchen und ja. So Leute, ich bin gerade draußen. Ich habe gerade das Freigehege für mein Hasen aufgebaut. Ich kann es euch mal zeigen. So Leute, die Lula ist draußen und ja, ich versuche jetzt noch, ich versuche jetzt noch die Mali rauszukriegen in der Hoffnung, dass die Spinne irgendwann mal von her runter ist. Und ja, ich bin gerade hier am Ausmisten und ja, mal schauen, vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was filmen von draußen. So Leute, der Stall ist sauber. Fressen haben sie, Heu haben sie. Wasser fülle ich auch gleich nochmal ein neues, ne? So Leute, der Stall ist ja, wir haben sie. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile kurz nach sieben. Ich werde mich heute noch ein bisschen draußen lassen und werde jetzt auch noch ein bisschen draußen bleiben. Und ja, ich habe da auch schon wieder was kleines für sie vorbereitet für morgen. Und ja, ich lasse jetzt auch gleich die zwei Türen offen vom Hasenstall, wo sie drinnen sind. Äh ja, ich weiß, dass es auch wenn klein ist, aber es geht halt jetzt im Moment nicht anders. Und ja. Wir haben lauter Hüngergatter in unserem Brunnen mit drinnen liegen. Ich weiß nicht, ob die von euch jemand kennt. Aber da sind lauter so Steine, wo so Löcher drinnen sind, wo man durchzogen kann. Jetzt sieht man es auch besser da bei dem kleinen Loch. Und ja, die haben wir mal von der Oste mit heimgenommen. Und ja, die haben wir halt einfach in den Brunnen gelegt. Wir haben ja unseren Eingang versetzt, äh also unsere Treppe versetzt. Und ja, jetzt haben wir das ja alles so, also das war vorher schon gepflanzt, das nicht. Und ja, jetzt haben wir den alten Eingang, äh wo die Treppe vorher drin ist, auch gepflanzt. Und ja, ich wünsche im übrigen allen Müttern, ich weiß nicht ob Mütter zuschauen, aber denen wünsche ich allen einen schönen Muttertag. So Leute, die beiden sind wieder drin. Macht sich schon an ihr Abendessen. Und die kleine Maus da wartet einfach noch ein bisschen. So Leute, ähm ich bin jetzt halt auch wieder drin. Ihr habt ja gesehen, dass die Haarsnitz wieder in ihrem Bett sind. Beziehungsweise in ihrem Stall halt, wo sie sonst auch immer sind, den ganzen Winter über und so. Und ja, ich habe mir gerade einen Cocktail gemixt nochmal. Und ja, ich werde mir jetzt was zum Essen machen und melde mich gleich nochmal. So Leute, mein Essen ist mittlerweile fertig. Ähm ich esse jetzt in meinem Bett und schaue nebenbei noch ein bisschen YouTube. Und ja. So, ich bin gerade im Keller. Ich suche jetzt noch ein bisschen was zusammen, was ich für die Schule morgen noch mitnehmen kann. Ähm, weil wir da nochmal Prüfungsvorbereitung haben. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal, was ich noch da habe, was ich noch mitnehmen kann. Und ja. So Leute, ich nehme das jetzt einfach für morgen noch mit. Und hoffe, dass das für meinen Kasten reicht, ähm, zum Dekorieren noch. Und ja, mal schauen. Vielleicht haben wir in der Schule noch irgendwas, wo ich benutzen kann. So, ich beende das Video jetzt auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ja. Ich schaue jetzt, wie ich dann morgen das ganze Zeug in die Schule rein bekomme. Und ja, ich chill jetzt noch ein bisschen und überlege mir, wie gesagt, wie ich das morgen alles in die Schule bekomme. Und auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Vlog. Tschüss. 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 Tschüss.